Seid ihr alle da? Heute müssen wir der Bella helfen. Die kann sich nämlich nicht entscheiden zwischen dem feschen Nachtmeister und dem saugeilen Teufel. Der eine tut am Tag geht's an und der andere in der Nacht beißen. Außerdem hat die Bella seit drei Jahren ihre Tage, also habe ich gesagt, ich mache das. Meine Herren, guten Vergleich! Don't bust it. Cue it.